Da kommen sie nämlich schon wieder, oder? Kommen sie hierher? Ja, die kommen hierher. Werden wir uns mal kurz verpissen. Mal kurz ein bisschen ausweichen und dann wieder zurückfahren. Oder auch nicht. Hier brauchen wir nur 3, ja? 2. Da muss noch einer. So, noch einer. Dann hätten wir diese Quest auch fertig. Leo Loaded Field Gun. Also da müssen wir auch noch was machen. Müssen wir mal gucken. So, die haben wir auch fertig. Okay, dann müssen wir aber noch... Da ist irgendwas noch. Ja, wie gesagt, hier guckt ihr mal. Alles voller Quest. Also da ist ordentlich noch was zu machen. So, hier müssen wir, glaube ich, auf den Felsen hoch. Ach nee, haben sie uns entdeckt, ja noch Tatsache. Dann kommen wir, können wir entkommen? Die sind weg, ne? Verpisst euch. Ah, die sind weg. Uiuiui. Seien nicht so einfach, ne? So, hier müssen wir an den Felsen ran. Hier war doch irgendwas. Oder müssen wir die erst mal töten? Ich weiß es nicht genau. Okay, wir müssen die noch mit dem Felsen. Ach stimmt, wir müssen die... Nee, das Buch haben wir noch gar nicht. Ach so, Selectator. Müssen wir mal gucken, ob wir die erst mal töten müssen, oder nicht? Auf alle Fälle war es irgendwas mit dem Stadion. So, geht es jetzt? Nein, auch nicht. Was war es denn? Ach, da! Der Time Rift. Okay, dann machen wir den Time Rift erst mal. Ich glaube, das war es mit dem Chitschi. Ah, genau. Fulipan Mountain, also Bratvarnberg. Also, ja. War es der Bratvarnberg? Ach, ich weiß. So, dann wollen wir mal. Oh, ah. So, das ist natürlich der bekannte Ochsenmann. Nein, nein. Das ist natürlich der Vater von Chitschi. Ähm, hier wird natürlich noch Ochs-King ab... Also, genannt. Aber er ist ja natürlich der... Wie heißt der denn? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auf alle Fälle müssen wir gar nicht... Was hieß denn? Wie findet er in meinen Kommentaren? Kann ich hier noch mal sehen? Ich komm jetzt nicht mal. So. So. Er sagt natürlich, du kannst alles Gold haben oder alle Schatzdrohren in meinem Schloss. Wenn du mir hilfst und alles sowas, ne. Es geht ja um den... Um den Bratvarnberg. Feuer. Und da kommt Son Goku. Natürlich ein bisschen gewachsen. Das ist natürlich die Szene, als Son Gokus Chitschi suchen soll. So, Goku redet natürlich auch mit uns. Er wollte ja das Schloss mal sehen, ne. So. So. Ich bin so Ochsen-King. Ich bin, äh, Schildkrücken-Schüler. Was machst du? Master Roshi, Grandpa, Opa und, und, und. Da zittert natürlich alles, was passiert ist. Ah, siehst du, da hat er nämlich erfahren, äh, hier erwähnt, Palmleaf-Fan. Also der magische Fächer. Und er will natürlich dafür einen Dragon Ball haben. Hat er den nur im Hals gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Die bräuchten wir auch, ne. Überscheidwölk und dann überall hin. Wär schon echt nice, ne. So, wir sollen natürlich auch Chitschi suchen. Machen wir auch. Wir sind mit die Quest hier um. Looking, looking for Chitschi. 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 Dark Eye. Ach so, oh Mist. Wir müssen uns beeilen. Wir haben nur vier Minuten, um die Dark Eye Mission abzugeben. Ähm, ja, sonst ist er nämlich weg. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also wir können auch diese, ähm, das Fahrzeug hier nicht benutzen. Leider. Ja, ist nicht in dieser Zone verfügbar. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen. Ach ne, wir haben sie abgeschlossen in vier Minuten 29. Okay, alles klar. Also wir haben noch Zeit. Ganz ruhig. Schaffen wir noch. Dachte, weil es gibt nämlich auch Quests, die man, ähm, wenn man sie fertig hat. Ja. Dann muss man nämlich so schnell wie möglich wieder zurück. Sonst zählt sie nicht mehr. Gibt das auch. Und dann muss man die nämlich erst wieder, ähm, also deaktivieren. Und dann muss man erst wieder zu den Typen hin. Sich die Quest holen. Und dann muss man die ganze Typen noch vorne machen. Ja. Hatte ich aber auch schon einige Male. Und, ähm, ja. Ist nicht so schön. Aber egal. Wir sind gleich da. Okay. Die greifen wir uns jetzt alle an. Wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr ein gewisses Level habt und dann hier reingeht, ist alles, ist das alles gar kein Problem. So. Da. Schitschi. Liegt sie bewusstlos. Jetzt müssen wir natürlich erstmal diese, ähm, ja. Dinos. T-Rex oder so. Irgendwas. Oh Gott. Wahrscheinlich hat der auch einen Arm. So. Du Pappenheimer. Achso. Panasaurus. Natürlich. Ist das nicht der Einzel? Da müssen kommen noch mehr. Also keine Angst. Ihr müsst ein paar töten hier. Oh. Da hinten kommt gleich der nächste. Dann kam noch eine, ne? Vier Stück oder fünf. Vier. Vier. Vier Stück kommen, glaub ich. So. Was, oder? Ja. Vier Stück genau. So. Somit sind wir fertig. Wir haben Schitschi gerettet. Aber. Passt mal auf. Wer bekommt die Lorbeeren? Ja. Da ist er. Achso. Genau. Die werden gleich erstmal kämpfen. So. Wir sind aber zu schnell. Du musst Schitschi sein. Du musst Schitschi sein, ne? Ja. Mein Name ist Karazu Tengu. Und du Fahrer. Ja. So. Du bist Schitschi. Und dann kommt nämlich zum Goku. Hey. Du bist Schitschi, richtig? Nein. Ich bin nicht Schitschi. Du musst mich auch lieben. Du musst mich lieben. Ach ja. Ach genau. So rum war das. Ähm. Der Vater hatte den magischen Fächer, oder? Och. Ich weiß nicht mehr wie das war. Man müsste echt nochmal Dragon Ball gucken. Um nochmal das nachzuverfüßen. War es jetzt so, er sollte den magischen Fächer besorgen? Von dem. Von dem Vater von Schitschi? Oder. Sollte er den magischen Fächer von Muten Roshi besorgen? Ich weiß es nicht genau. Nehmen wir jetzt. Die hohen ab. Und ähm. Ja. Wir müssen hinlaufen. Ist echt blöd. Wir können auch nicht schneller rennen oder sonst dergleichen. Wir können gar nichts machen, Leute. So. Wie lange reicht denn die XP Rolle noch? 41 Minuten noch. Dann haben wir nämlich zwei Stunden am Stück aufgenommen. Dragon Ball. Ja. Ja. Und ich hoffe euch gefällt es bis hierhin erstmal. Ne. Ist jetzt kein anspruchsvolles. Also. Es macht schon Spaß. Es ist halt Dragon Ball Universum. Und für jeden Dragon Ball Fan. Der sollte es mal unbedingt mal zocken. Oder mal wie es sich angucken. Ist jetzt natürlich kein Grafik Meilenstein. Ist natürlich auch ein bisschen alt. Ne. Ich glaube 2011 oder so. Oder 2010 kam es raus. In Japan. Oder ist jetzt abgeschalten worden. Irgendwas von den beiden Sachen. Und. Was hat er denn hier getötet? Oh. Gesundheit. Danke. Ja. Achso. Menschen sind das. Okay. Die hat der Ochsenkönig wahrscheinlich getötet. Ach. Rinderteufel. Rinderteufel. Jetzt fällt mir der Name ein. Rinderteufel. Er heißt Rinderteufel. Genau. Ja. Guardian n. Counterattack. Radefel. Guardian. Und. R exemple für Guardian und das Name ist passiv. Ja. Das ist Guardian. Ja. Können wir aktivieren. Falls uns das nicht eingrifft. Können wir dieses messern. so ist natürlich nicht lange wir müssen dann erstmal ein bisschen warten wir sind ein bisschen so wir haben trunks bescheid gesagt wir sind fertig das war es nämlich schon und dann können wir nämlich auch wieder raus und dann gibt es noch ein time rift wo wir von google treffen bei einem großen turnier und im großen ganzen bars dann mit den time rifts sehr schade ich hoffe dass die leute die jetzt daran sind noch was machen damit also noch mal irgendwie ein paar time rifts machen oder so keine ahnung ich weiß ja nicht wie schwer es ist sowas zu programmieren extra und ihr seht alles grün sie sind alle grün also die würden wir jetzt easy going platt machen also keine probleme mehr mit diesem typen alles was grün halt ist so darum lassen sie uns außer die ratten die lassen uns nicht in ruhe aber der rest sollte uns eigentlich in ruhe lassen wir haben den dritten und ersten gott dende ist a change of the earth also hier ist auch gott dende noch am start mit den dragon bots also auch im jahrtausend ist er noch der gott so das haben wir auch fertig wo ist denn der shop dann können wir gleich mal die sachen auch noch weg bringen da haben wir nämlich noch ein bisschen platz dann gehen wir die nächsten quest abgeben und auch hier oben ist noch jemand wenn wir auch noch schnell machen dann müssen wir hier noch mal hin also wir haben noch ein bisschen was zu tun dann müssen wir runden da gibt es auch noch mal zwei neue quest und zwei quest zum abgeben dann bekommen wir nämlich auch so ein altes buch das müssen wir auch aktivieren also es gibt auch gegenstände in diesem spiel die wir von anderen npcs bekommen also indem wir eine quest absolvieren und diese müssen wir dann aktivieren um diese quest noch mal zu starten also oder um eine fortlaufende quest zu starten da muss man dann mal gucken also es gibt sehr viele items in der beta war es leider so da gab es nämlich auch item ach jetzt ist die statue da nee jetzt ist sie weg ok scheint ein kleiner grafikfehler oder kleiner bug zu sein jedenfalls habt ihr ja gesehen die statue war hier kann ich dann nochmal vielleicht erscheint es ja noch mal da doch nicht wo sie denn das ist ja ganz weg aber ihr habt wahrscheinlich gerade gesehen also ihr habt es bestimmt vielleicht gesehen es war so ein klo oder so eine ähnlichkeit und ja ok man muss dieses klo ansprechen aber ja es erscheint nicht ok wir können ja mal kurz eins probieren und zwar wir locken uns mal kurz aus das ist ja mal da wo wir gerade sind speichert das nämlich und dann locken wir uns noch mal kurz ein so wir können ja auch mal offen nicht so starken server gehen also vorher waren wir hier auf bis sie jetzt können wir mal auf normal gehen vielleicht ist das wieder da manchmal hat man glück wie gesagt ein paar kleine trickies sind noch da aber da war das klo heute ist es wieder weg ok sehr komisch auf alle fälle ja genau du siehst dass eine an ach guck mal da ist der wieder das wir vorhin auch gesehen haben wenn unser team war das war nämlich auch schon da ja wie gesagt eigentlich müsste hier eigentlich müsste hier der klo sein also wie gesagt hier müsste das klo sein was wir denn nämlich ansprechen können naja vielleicht schaffen wir trotzdem irgendwann noch mal dass dieses klo erscheint sehr seltsam auf alle fälle sehr komisch müsste man noch mal in den server schreiben oder in den in den auf der internetseite also auf der fanbase dass da ein kleiner bug ist und dass die ja dass die statue nicht angezeigt wird müsste man mal hinterlegen vielleicht machen sie dann fixen sie nochmal weil es gehört ja schon zur quest ne so er zeigt mir zwar ein rotes x das heißt eigentlich immer dass die quest erfolgreich ist aber er möchte irgendwas anders noch machen da wahrscheinlich müssen wir jetzt mit diesem apparat ja was weiß nicht mal was das genau sein soll da hinten ist es ja wie gesagt das fluggerät oder keine ahnung wie sie das nennen wollen das müssen wir wahrscheinlich nochmal anquatschen ja jetzt kann man das nämlich sammeln ja jetzt kann man das nämlich sammeln ja nun komm setz dich rauf da ähm so unser teil noch drin noch 23 tage und 23 stunden so dann gehen wir hier hin geben da alles ab und dann achso wir müssen die quest noch aktivieren sonst zeigt er uns die quest wieder nicht an also immer wenn ihr neu reinkommt also immer euch einloggt dann immer hier hinten quest info ähm das radar anschalten sonst zeigt er euch irgendwie die quest nicht immer an und ihr ja fahrt halt auf blauen dunst hin und her ja nachher kommen wir auch noch in 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 satan city also so eine ähnlichkeit wie satan city also so eine riesen hauptstadt sehr cool bekommen wir nachher auch noch zu sehen alles also später wenn wir denn stufe 30 sind und so wie gesagt ich war schon stufe 60 da ist es mit dem buch ne hier aber bekommen wir noch nicht wir müssen noch was machen doch haben wir schon so dann nehmen wir die anderen quest noch alle an so ok er hat auch noch eine so da haben wir den nächsten candy shop äh ja was heißt candy shop aber candy stein so da ist der teil was wir nämlich töten sollen die man vorhin auch schon mal getötet haben aber jetzt müssen wir da jetzt fest so haben wir ach komm schon du blöde vergolde nicht meine zeit so hier müssen wir auch irgendwas machen da müssen wir irgendwas einsammeln glaube ich ach genau die steine hier die dragon stone steht ja auch hier dragon stone 0 von 5 also dragon stones einsammeln mal gucken wir mal was wir anstellen ah da müssen wir auch noch was töten siehst du dann nehme ich auch gleich hin haben wir das nicht ach so so ein riesen super baby simon sollte aber kein problem sein 700 sollte eigentlich kein thema sein für uns also mit die inner attacke mit dem verlangsamen wie gesagt easy peasy damit kann man echt gut die sache die dinger wegräumen aber jetzt sind sie auch schon nur noch gelb also nicht mehr orange das bedeutet wir könnten sie schaffen wenn wir es darauf anlegen wollen aber ich sage mal so wir müssen nicht wir müssen sie nicht plattmann also sie geben uns keine extra items oder spezial items oder sowas ja ähm will er nicht doch hallo hallo das ist immer hier das wasabi hörnchen hallo das macht immer hallo hallo so jetzt müssen wir mal gucken wo die anderen steine sind und da hinten ist noch achso die sind wahrscheinlich hier alle verstreut ne so mal gucken ob da hinten noch was ist dragon stones ha hier ist noch jemand ach jemand ein stein meine ich natürlich hallo hallo komm ach das ist doch echt ärgerlich schon etwa jemand diesen stein abgeerntet irgendwas macht er nicht ne ah jetzt sehr komisch ihr könnt natürlich auch die quest items hier nachverfolgen hier zum beispiel habt ihr hier so eine kleine liste da habt ihr nochmal alle quest ne ringsrum so und dann habt ihr hier natürlich hier was ihr nur abgeben müssen ne hier vom geist noch oder vom von einem ja von monster hier haben wir die steine 4 von 3 und so also hier wird nochmal die ganzen quest items angezeigt die man einsammeln muss und hier können wir gleich noch welche töten das sind wahrscheinlich die ja das sind die 10 stück die wir töten müssen und die sind stufe 12 nur mal so nebenbei erwähnt so stufe 12 ist schon ist schon ein bisschen mehr aber 2 3 mal ordentlich getroffen mit schönem damage dann geht das auch alles ok warum der eine so viel mehr gebraucht hat weiß ich jetzt auch nicht haben wir noch einen stein vielleicht können wir den auch fertig machen wahrscheinlich wieder nicht ne ist kein stein oder dragon stone ne ok dann machen wir die wasabi hier cybermänner oh das haben wir auch gleich einen ok der ging daneben oh guck mal hier schuhe ne margin leider nur aber lustige schuhe so die geben nämlich hier 3500 habe ich gesagt und die geben 1300 das würde nämlich schön zu unserer leiste passen so so doch so Untertitelung des ZDF, 2020